Wissenschaftler der Universität Granada und des Forschungszentrums Genio haben eine neue Methode entwickelt, die ihnen erlaubt, über eine Blutprobe jene Zellen zu erkennen, die Krebsmetastasen hervorrufen. Sie können genauere Röntgenresultate der metastasenverursachenden Zellen erhalten, was bedeutet, dass sich die Krankheit bereits im Körper verbreitet hat. Diese Forschung und ihre Resultate eröffnen einen Weg zur Entwicklung neuer Medikamente und individuellerer Behandlungsmöglichkeiten. Die Einbeziehung dieser Tests in die klinische Praxis lässt nicht nur die Entwicklung einer persönlicheren Behandlung für den Patienten zu, sondern sollte damit auch preiswerter werden, indem sie das Problem noch vor der Anwendung unnötiger Behandlungen erkennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017